Ja gut, dann fahr halt erst mal weiter. Sinnlos. Die neue Lok ist ja die hier, ne? Da ist ja noch eine alte. Vielleicht sind die anderen ein bisschen effizienter. Ja, das ist... Ja, das ist... Da ist auch noch ein alter. Das ist ein alter. Machen wir das mal radikal einfach. Ist natürlich wieder blöd, dass der jetzt hier dann zurückspringt. Ich hätte eigentlich gern dieses Fenster offen gehabt. Das ist glaube ich auch noch ein alter. Ich denke, es ist irgendwie älter. Ich nehme es. Das ist einfach dann einfach, ich finde es ein sehr hart. Ich bin es einfach mal mit mir. Ich werde es euch einfach auflegen. Hier du kannst fahren, ist das nervig. Das ist schön neuer, ne? Die erkennt man ja hier an diesem, an dieser Umringung da. Das ist noch ein Alter. Das ist schon neuer. Das ist alt. Das ist alt. Das ist alt. Das ist alt. Das ist neu. Das ist neu. Der ist neu. Der ist alt. Der ist alt, der ist neu, der ist neu. Na, machen wir es mal schneller. So, warum zur Hölle fällt dieser Zug ja jetzt an? Nein, fahr doch einfach weiter, ey. Meine Güte. Das ist noch ein alter, nee, Moment, oh. Nee, das ist ein neuer. Der ist alt. Tja, irgendwie haben die jetzt hier ein Treibstoffproblem alle. Und das ließ ich anscheinend nicht so wirklich durch andere Loks, äh, das ist ein neuer. Oh, ich muss hier Kohle noch verteilen. Das ist noch eine alte Lok hier. Oder ich muss die Kreuzungen doch jetzt eher um, obwohl ich glaube, wenn die an der Kreuzung stehen, das kostet die, glaube ich, keinen Treibstoff. So, was kann die denn überhaupt eins, nee, 10 und 4,8 pro Minute und die hat 20 und 10,8. Achso, nee, Quatsch. Die braucht 4,8 bei 10 und die hat 10 und braucht 6. Ach, dann ist die ja sogar schlechter. Na gut, aber die fährt schneller. Dann ist natürlich wieder die Frage, äh, hm. Hm, was passt da mehr dazu, ne? So, ist immer noch die Frage hier oben. Irgendwas haben sie jetzt ja doch abgelagert oder so, weil da keine Ziedel jetzt drin sind. Ach, die Kohle fehlt noch. Ach doch, jetzt legen sie los, okay. Und jetzt könnte ich die Ziele auch ins Lager bringen. Ey, was ist denn das mit dem, mit dem, oh. Was ist das Scheiße, ist das? Ziegelei, Lager. Na gut, die können ja ruhig warten, bis das dort, oder? Na gut, ich mache dann mal so eine Bedingung, dass sie dann da nicht ewig warten. Oh. Was ist das für eine Streckenführung, die der hier fahren will? Achso, weil der hier nicht hochkommt. Verständlich irgendwie. Tja, das mit dem Benzinmangel hier, also Treibstoffmangel, das ist gerade irgendwie nervig. Hier machen die sich voll. Aber es reicht halt irgendwie nicht mehr. Na gut, die hat er noch voll gemacht. Hm. Aber die Holzzüge. Hier, der hat auch ein Problem. Ach, ist das ätzend. So, was mache ich jetzt mit dem Abbiegen hier rüber. Achso, das klingt nicht, das scheitert dann anscheinend am Stein. So, wie geht das jetzt? Ne, wo wollte ich die bauen? Hier, ne? Ja. Dann halt so. Hm. Ich tüdel das gleich so dran. Dass wir da bestimmt nicht der einzige Zug sind, der da vielleicht langfährt. So, jetzt haben wir einen Zielzug. Ein ZZ. ZZ. Machen wir hier noch maximal lang. Da müsste ich ja eigentlich die Kohle ansacken, die... Steine pro Minute, Ziegel. Ähm, hat schon viele Ziegel. 300. Kann ich vielleicht schon irgendwie einen Stein? Ne. Kann ich noch nicht. Lehmgrube. Achso, das ist der... Da reichen ja nicht mal die drei Anhänger. Was ist denn das für ein Quatsch? So, machen wir voll. So, ach, jetzt muss man 90% erweitert. Na gut, wenn er bloß auf 90% geht, dann ist es ja auch kein Wunder. Bist du durch irgendwas behindert? Durch einen anderen Zug, der langsam fährt? Ich glaube, ich muss hier vielleicht doch mal den geradeaus ast. Achso, ja, keine Steine wieder da. Oh. Das ist ja echt belastend. So, jetzt behindern die sich ja wieder alle durch ihre langsamen Fahrt. Ich glaube, ich muss hier unten irgendwie mal... ...undsystem. So, jetzt geht's nach. So, dann schauen wir, Okay. So, jetzt geht's mich darum. Vielen Dank.